Willkommen zurück zu Let's Play Lens of Losses Run of Chaos. Seit dem letzten Mal hat sich ein Gegner an mich herangeschlichten. Dieser da. Eine Pornisse, Viech, Insekten, Dings, Bums, Zeug. Auf jeden Fall sind diese Viecher hier überall. Und es wird immer mehr, je länger man hier ist. Schwarm! So, haben wir denn noch ein Fläschchen? Ne, haben wir nicht. Oh, wir werden angedrücken. Ja, wie ihr seht, habe ich den Ton ausgestellt. Den Klang, weil er so laut ist. Also muss ich meine Augen noch mehr aufhaben. Die Nischen in diesem Fall ist, wo die Nests da sind. Hmm. Empty. Hmm. Empty. Oh. Oh. Oh, noch eine Truhe. Speichern wir wieder ab. Mal schauen. Die geht nicht so auf. Kann Pakarari vielleicht öffnen. Auch nichts. Naja. Im Versuch war es wert. Vielleicht finden wir ja noch einen Schlüssel. Sonst muss Pausen das machen. Ich gehe ja erstmal hier jetzt lang. in der R-Kunden ja eh alles. Ist also egal, wo ich zuerst hingehe. Mal, da war ich schon. War ich noch nicht. Oh, paar Mal, da oben. Bau. Gerichts. Und dann wiederrechts. Und dann.. wieder rechts. Und dann.. Und dann links. Hier ist nix. Und vielleicht hier... Dann kommt ein Insekt. hmmm empty yes scotia Ja. Hey, ich möchte nach Eivill. Da muss es doch einen Schlüssel für geben. Irgendwie. Überhaupt. Hm, empty. Hm, empty. Bei der Gelegenheit ist der Konrad mal den Revier der Wahl an. Hm, empty. Skelette. Aber das hat mir eigentlich nicht viel gebracht. Von allen Seiten wird man hier angemessen. Oh, und wieder eine Tour. Können wir immer noch nicht öffnen. Oh nein. Verdammt. Ich würde vielleicht doch noch ein paar Schurkenfähigkeiten steigern sollen. Naja. Komm hierher noch mal hin. Ha, geht doch. Ja, der Halskette. 26, 27, 28 Krone. Hm, empty. So ist Bakata nun also ein Dieb der... Stufe 2. Dann beweise dich auch. Ah, das war Konrad, aber auch egal. 10 Krone. Oh, das habe ich auch gesucht. Das auch. Hm, empty. Das wird noch ganz wichtig werden. Grüne Schwerter sind immer gut. Wer von euch Sternenschweif gespielt hat, der weiß das auch. Oh, da sind sie schon wieder, diese ganzen Viecher. Oh, da sind sie schon wieder, diese ganzen Viecher. Naja, wir sitzen unsere Erkundung beim nächsten Mal vor. Wir speichern wieder. Bis zum nächsten Mal.